Nummer 5 Kinderreisebett, ideal auch für Camping. Perfekt von der Geburt bis zu 15 kg. Das kompakte Design des Faltbettes ist leicht und lässt sich schnell und einfach zusammen und auseinander klappen. Im geschlossenen Zustand kann es in der mitgelieferten Tragetasche aufbewahrt werden. Das Bettchen ist mit Netzfenstern ausgestattet, durch die das Kind immer unter Kontrolle ist. Außerdem sorgen die Öffnungen für eine hervorragende Luftzirkulation. Die Matratze ist nicht im Paket enthalten. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, Verpackungsinhalt Reisebett, Matratze und faltbare Tragetasche. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Zusammenklappbares Reisebett, lässt sich platzsparend zusammenlegen. Mesh-Einsätze an den Seiten sorgen für eine hervorragende Belüftung. Ausgestattet mit zusätzlichen Füßen für bessere Stabilität. Zertifiziertes Qualitätsprodukt, inklusive komfortabler Tragetasche. Das Kinderbett ist in Rot oder Blau erhältlich. Ideal für Reisen und Camping. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Reisebett mit Klappmatratze, Wickelauflage und Tragetasche. Das tragbare Babybett ist ideal zum Schlafen im Urlaub, beim Camping oder im Haus der Großeltern. Schnelle Montage, hat ein Gesamtgewicht von 12,5 Kilogramm. In der Verpackung befinden sich ein Windel-Organizer, eine abnehmbare Wickelauflage und ein abnehmbares Karussell mit eingebauter Spieluhr. Mit praktischen Rädern. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Faltbare Wiege ideal von 0 bis 36 Monaten. Belastbar bis zu 15 Kilogramm. Ausgestattet mit Wickelauflage, Matratze, Moskitonetz, kleinen Hängespielzeugen, Rädern mit Bremse und Tragetasche. Das Bettchen kann auch als Wickelauflage verwendet werden. Es verfügt über eine Tasche zur Aufbewahrung von Windeln und anderen Babyartikeln. Der Eisenrahmen und die Wände aus Oxford Gewebe sind stabil und leicht, rostfrei, langlebig und hat eine hohe Tragfähigkeit. Leicht zu öffnen und zu schließen. Ideal für Reisen und Camping. Erhältlich in Grau. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Multifunktionale Halterung mit Zubehör im Lieferumfang. Die Unterseite der Wiege ist robust und bietet eine hervorragende seitliche, vordere und hintere Stabilität. Hergestellt aus völlig ungiftigen Materialien. Die Wiege ist ausgestattet mit Wickelauflage, doppelter Höhe, abnehmbarem Verdeck mit Kuscheltieren, niedlichen Siebdrucken an den Seiten, Moskitonetz, großem Staufach, Fenster mit Reißverschluss, zwei Rädern mit Bremsen, Matratze, praktischer Tragetasche. Ausgezeichneter Artikel. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.